Ehhh, wie war das Kackzeichen hier, Alter? Nur einmal gelaufen, Dreckweg, ne? Das hat sich ja auch wieder gepasst, ne? Ja, da werden auch Freispiele und drücken. Gleich mal rüber gehen. Jutta Stach, 2x4. Jutta Stach, 2x4. Jutta Stach, 3x4. Jutta Stach, 3x4. Jutta Stach, 3x4. Läuft schon. Oh, da werden wir erstmal zum Anpacken gehen. Irgendwie krass laufen gar nichts. Fünf Spiele, der laufen. 1x4. Ja, weißt du, wie das ist. Dann geben wir jetzt mal mit. Das war ja nichts. Das war ja nichts, okay. Wollen soll ja mal. Na gut. Ja. Ja. Oh! Schade. Schade. Andere Kiste. Kaum Weiber. Nee. Das schmutzige Ufer-Eisen hier. Das haut du lieber drauf, Chris. Genau wie mit dem Kackenspiel. Das sind ja so Symbole. Da kannst du dir echt vorstellen, wenn du eine Dreieck kriegst, weißt du. Du bist auf der Kack viel länger hoch. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. So bin ich schon zufrieden, wenn ich eine Dreieck kriege, weißt du. Ja. Und jetzt fünf. Der ist schon länger hier. Das war ein guter Anfall. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Schade. Fünfzehn, naja. Fünfzehn, naja. Fünfzehn, naja. Die Grappe hochstellen. Fünfzehn, naja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut Warte, hier noch ein Pied. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Komm einmal geht noch Musik 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 Guck mal einmal hier. Das rappelt wie Hechtsuppe. Das hat geknallt. Genauso wie jetzt gleich hier. Ihr knallt auch noch. Weiß nicht warum. Hier muss ich auf jeden Fall noch eine Runde Roulette spielen, weil der hat mich so oft rasiert, dass der immer wieder Rot gegeben hat. Ah ja, hab ich ja gesagt. Ich muss ja mal knallen. Spaß beiseite Leute. Am nächsten Mal haben wir das Spiel reingegangen, weil ich da die letzten Tage nie reingekommen bin. Ja, dann schauen wir doch mal was hier los ist. Köpfe oder was? Nein. Ah, hat der eben schon auf 14 gut bezahlt. Gucken wir mal. Macht der Arsch hat auch auf 60. Komm, let's go. Super Start. Super Start mit vier Stück drin. Korrekt. Komm, schade. Komm, schade. Da sind wir ja wieder knapp bei den 300, was eben drauf war. Will der hier nochmal verlängern oder was? Schade. Schade. Ja, ja. Da knallt es wieder runter. Alles auch. Come on. Jawoll. Jawoll. Du hast es wieder runter. Bis zum 2. Bis zum 3. 25. Dramatische Band. So. Du bist der Schlegel? Sich der Schlegel. Du bist der Schlegel. Du bist auch der Schlegel. Ja, ja, bitte. Dankeschön. Ich bin deine probate Assistentin. Ach so, ist das so? Ja, warte. Dann muss der Mann hier natürlich auch korrekt sein. Für diese Assistentin. Hier habe ich noch ein Zehner. Hier, Assistentin. Schmeiß mal irgendwo rein, versuch mal. Ach, hör auf, klar. Kein Problem. Ja, ja, kein Problem. Jetzt will ich was hören da. Du bist gleich gelaufen. Ja? Dann bin ich sofort da. Komm, Dickerchen. Mach mal einen fit hier. Schade. Scheide. Komm, vier oder noch eine volle Suppe. Ja, jetzt sieht nicht so prägnant aus. Passt nur drei an. Ja, derJohn hat gesagt. Sci-tens voll. Dann kann nicht soạ. Oder bekommst es,ливetore. Gefahr. Und sie ist sehr glücklich. Alle 한ber. Xu und glücklich. Und ich habe viel Fonten. Ja, so ich dazu sagen. 80 Euro für 30 Spiele auf 60 Cent. Naja, würde ich nicht meckern. Wird auch mehr sein können, klar, aber ja gut, mein Gott, ist halt so. Ich mache die Kamera auf Pause, Leute. Wenn jemand kommt, melde ich mich. Ja Leute, guckt euch das Bild an. Private Assistentin mit dem 10er. Oh, wie viel rein waren das? 1, 2, 2, noch was, ne? Ja. Krass, gutes Bild. Ja Leute, noch eine Minute, dann hat er Pause. Jetzt mal auf 80 gemacht. Jetzt spiele ich da gleich mal eine Runde Magic Mirror nach der Pause. Schauen wir mal, vielleicht macht er da was. Hm, cooles Bild da, mit dem 10 Euro Bolzchanzer abkassiert. Hammer, ja. Ja gut, Leute, ich mache mal nach der Pause weiter. Ja, Assistentin an 10er, wie kriegt man das jetzt gemacht hier? 100? Hä? 100 hast du jetzt, ne? Ja, 100. Ja, 110. Mein Gott, das ist ja offensichtlich schon ein Tor hier. Alter Schweden, ja, korrekt. So Leute, nebenbei mal ein bisschen hier hantieren. Na ja. Komm, 2,96. Nächste Woche vielleicht. Ein bisschen hier Pause überbrücken, während die anderen eher Pause da machen. Ja, das ist jetzt ja drüber lachen, ne? Bei den 10er, was ich der Frau geschenkt habe. Was ich da mit 10 Cent und 100er anschafter. Ey, das ist auch crazy, ey. Aber gut, Glückwunsch. Schmidt, du bist. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Da kommen wir mal auf 80, alleine nur wenn so ein Vollbild kommt, so Pflaumen oder so Schuss, Orangen, Zitronen, auch wegen einer Karte, 40 Euro, die anderen Kisten kommen morgen Gerade aus der Pause Ne, da ist ein Totentanz in dem Spiel Machen wir mal ein anderes Spiel Ach, was soll das kommen? O-Matie ab geht Wenn jetzt alles frisst, dann ärgere ich mich wieder, warum habe ich die 44 nicht auf Karte gehauen. 4 Euro Kram hier. Die Messe ist hier gelesen, so wie es aussieht. Gar nichts. Scheiße. Ich dachte, ich dürfte noch mal drücken. Das war ja wohl mal lächerlich. So schnell. Na ja, da bin ich mal ein bisschen nett hier. Dann eine Runde Roulette. Eigentlich wollte ich ja Magic Mirror spielen. Ich bin ein bisschen dabei. 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 Ich mach mal Feiern mit dem Part. Viel Spaß mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen. Macht es gut, euer Moneymaker.